Ah, falscher Track, ah, falsch, 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 yeah, das geht, wir kommen zu meinem, jetzt wird mal hier geübt, Dirty Self, das muss noch rekordet werden, das Baby, sonst ist es einfach fertig. Rhyme für Rhyme, pump ich Zeilen in Neuchek, hinein, Zerke, wächst eins, kurz und klein, ich schmeiß es doch nur mit lyrischen Granaten um mich herum, du kannst nicht fliehen, denn, ah, dieser Schoss halt dich um, und komm hier nicht um, nick einfach mit deinem Kopf, fühl mir der dreckige Süden, der in mir aufkocht, und ich himm wieder auf dies, den wieder aus Spucke, so wird's gemacht, bang, ne flow, ne heiße, dirty, saumocke. All that motherfucker wanna play it raw, and bitch, you know, it's me, the crazy Boston talk, you just tried to buy my flow, me and my bottles, we on top, that's what's on, come on, let's roll, we gotta beat, 15L, made that beat, no, I ain't the OG, I'm just the MC, represent the dirty self, extreme loud and proud to bow down for this unique badass raw record sound. Yeah, das muss noch recorded werden, das wird geübt. Ich verrate, jetzt schon mal ein paar Future-Gäste werden da mitmachen, wenn ihr den Chorus richtig gehört. Fat Pat wird sein erstes Rap-Debüt darauf machen, deswegen, Holmes, da muss man mir die Strophe liefern, üben, 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 üben. Ähm, ja, aber ich vertraue dir, er hat ja auch schon Praxis als Freestyle-MC gehabt, darum bin ich immer ganz neugierig, was er im Studio zusammenbringt. Dieses Baby natürlich von mein Vater, Fifth Element, Producer, Bruder, Freund, Comadre und, ey, der Chef des Ladens, der Aune und der solche Bomben, der beliefert mich mit solchen Bomben. Und deswegen, Big Up, Fifth Element, World Records. Scheiße, es wird wieder Zeit, jetzt wird es wieder ins Studio gewonnen. Okay, was haben wir denn noch, wenn wir schon dabei sind, was hat der TH denn noch? Hä, was ist das? Ah, der Track auch, also meine Schwester und Fifth Element sind sehr oft zu Gast auf mein Album. Ähm, das hier ist ein etwas ernsterer Track. Kinder-Serien, Beat wie der Fifth Element, einer seiner älteren Werke. Auch hier, Made by World Records. Hier, Schwesterlein, Filtured mit auf dem Track. Ja. Ja. Also es geht um, ähm, was geht's da? Das war jetzt ein etwas sehr seriöses Thema, weil der Beat ist ja nicht, wuhu, wuhu, ha ha ha. Ja, es geht hier um Kinderschicksale, äh, in der ganzen Welt hin auch. Jedes Land, äh, Ding, und dann haben wir das mal aufgezählt. Kinderarbeit, Kinderkrieg haben wir aufgezählt, Prostitution hast du gerade gehört. Ja. Ich selber als Vater, hab da mit viel Herzblut in den Text lang gesteckt und dachte, das war auch meine Idee zu dem Kind. Ja, deswegen. Was sagen wir denn noch? Was soll denn noch? Oh, und auch wieder ein Ding. Ähm, Beat, die es mal von mir produziert, mit einem Sample, das ich jetzt nicht verrate, wo ich es her habe. Einfach wunderschön. Ich sag da ja ein Kind. Und ja, Moment, ich muss mir mal spüren. Sogar meine Schwester macht hier, klar, wenn es um die Mama geht in dem Film, die O-Mama, muss natürlich Schwesterlein mitfuturen. Ey, was für eine Stimme, oder? Was haben wir denn dann noch? Was haben wir denn dann noch? Oh, das bezeichne ich als den Ferrari für mein Album. Diese Track war überhaupt ausschlaggebend, dass ich mit Pro gesagt habe, okay, also mit Fifth Element, dass ich hier sage, jetzt mache ich doch ein Solo-Album. Da haben wir zusammen den Beat gebaut im Studio, klar, verfeinert und Effekte, bla 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 bla. Da hat er natürlich draufgepackt auf das Album, auf den Track. Ja, die Guy und so, das ist wieder sein Part. Hier, für den Teil des Beats, entweder muss ich es zerschneiden, das Lied, oder ich brauche endlich eine sexy Stimme von einer Frau, die mir ein bisschen was vortrenlert. Voll Quatsch auf dem Lied. Hey, Mann, was du nicht mein Stimme gemacht? Also ich find den Beat so geil, da sind so viele verschiedene Effekte reingebaut worden. Ich hatte so die Grundmelodie, ich hatte nur diese eine Melodie, mit der bin ich dann ins Studio gegangen und mein Vato hat das Ding daraus gebaut. Freut euch, also Abo hoch, Schumi, von dem Teil hätte ich gerne ein Video gemacht. Besorg mir halt ne hübsche Frau, die da mittanzt, weil es geht hier um Flirten, um ne hübsche Frau, um diese eine Nacht, heute Nacht, so heißt der Track. Schumi, da bin ich auch bereit Geld zu zahlen für ein Video. Deswegen, egal, was haben wir denn noch? Ich hab habsichtlich so viel gequatscht, damit hier nicht kopiert wird. Nur diese eine Nacht, da löst was du machst. Was haben wir denn dann noch? So jetzt die Händesperre drin, verdammt. Was haben wir denn noch, was haben wir noch? Oh, Wasted Time, alter Klassiker. Die ursprüngliche Version vom Beat hab ich geliefert, aber mein Vato, Fifth Element wieder Raw Records hat das hier umgebaut. Und wieder meine Schwester, Hammer. So, das will ich auch. Viele von euch haben das schon gleich irgendwo mal gehört, aber die fertige Version, die fertige Version, Mission, bla bla bla, das wird noch gemacht, weil da fehlt noch ein Piano im Hintergrund. Aua, Aua, Aua. Sag mal meiner Schwester, sie müssen mal hier ein Soloalbum machen. Oh nein, nein, nein. Deswegen. Oh, den Track hab ich auch produziert. Zusammen mit Fifth, ich mach grad ein Snippet Video. Da ist Schokoback. Das ist Deutschland. Zusammen mit Fifth Element. Er hat's natürlich Crowded, etc. Mein Handy stammt aus Japan. Genau wie die günstigen Autos, die alle helfen. Diese Woche hatte ich Pizza, Döne, Spaghetti, Gyros, Neutasche, Chicken, Kama, Spitzle, Blatt, Kartoffeln, mit Roßbladen. Fifth Element, als er die Strophe gehört hat, hat er gemeint. Jetzt krieg ich Hunger, Alter. Saß im Studio, sag jetzt will komm ich Hunger. Hey, um den Ding gehst du, um, um, um. Wo ist denn dein Ding? Du weißt, es kommt nicht hinterher. Ach na, sie zeigt nicht deine Mütze. Wie viel Mütze? Meine Frau ist gleich noch rausgekommen. Ah, das passt, ey. Ich glaub, das eine Lied von dir ist auch drauf. Alter, da geht's um Internationalität. Wo ist der Chorus der Kerl eigentlich alles? Oh, was ist Deutschland? Wer ist Deutschland? Ohne Nachbarn. Sehr wie er am dran. Deutschland, Deutschland. Gelobtes Land. Ja, die Sterne. Oh, Alter. Ja, das Lied haben viele von euch auch gehört. Davon gibt's auch ein selbstgemachtes Video. Übrigens, danke an Kotti, der mir damals geöffnet. Highlock plays. Boom, play. Boom, play. Boom. Fame and beat you up. meinem Acho. And boom, play. Boom, play. Make your notes. dessa wie Rewish Das kommt natürlich auch auf Reise. Ich habe probiert, alles mögliche aufs Album zu packen. Und ich dachte, so ein Electronic Sound. Ich habe den Beat gebaut und dachte, ja, Mann. Und wusste gleich sofort, da musste Transformer Stimme drauf. Und hier hat er immer wieder in Kodos. Electronic Sound. Es war so geil, wie Fifth Element. Meine Stimme über den Filter und keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber es hat sich gar nicht mehr in Kodos so ein Beat. Bang, so böse. Ich liebe den Scheiß. Oh, ja, sie macht das Lied. Sie wäre auch sauer geworden. Den Beat habe ich selbst gebaut wie der KVD Productions. Genau wie der Electronic Sound, auch von mir gebaut. Ja, ich habe mir echt die Haare geschnitten. Also, das Ding habe ich mit 16 geschrieben. Deswegen ist es einer der persönlichsten Texte. Gut, für meinen Junior habe ich jetzt auch einen. Aber das Lied habe ich jetzt nicht drauf, weil das noch nicht fertig gemischt ist. Ähm, ja, deswegen wird es auch sehr biografisch. Der erzähle ich nur, wie es mit ihr und ihr zusammengekommen ist. Es ist ein Storyteller, ein romantischer Storyteller. Oh, 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 oh. Das ist nicht mein Lied. Also, Big Up. Es geht bald. Also, im Grunde sind fast alle Lieder aufgenommen. Sie müssen aber gemastert, gemischt und gecuttet und editiert werden. Gut für die Laien unter euch. Was bedeutet das? Stellt euch vor, die Hollywood-Filmbuster mit ihren Effekten und alles fertig geschnitten und den Ton verbessert. Äh, und dann stellt euch vor, das Make... Genau, stellt euch vor, ihr guckt das Making-of von der DVD. Dann seht ihr den Unterschied zwischen was auf Kinofilm und wie es eigentlich im Rohmaterial aussieht. Und so ungefähr ist das mit dem Album. Aufnahmen sind eigentlich alle im Kasten. Jetzt muss das alles nur noch gemischt, gemastert. Die Töne, die Instrumente, die Beats, die Stimme, die Halt. Oh, was Equalizer und noch vieles, vieles, vieles mehr. Was selbst ich nicht verstehe und deswegen Big Up und danke nochmal. Fifth Element, wenn du dir die Zeit nehmen wirst. Wir werden zusammen in deinem Studio hocken und... Ja, ich hoffe, also dieses Jahr wird das Ding auf jeden Fall rauskommen. Ich muss noch ein bisschen gedauert haben. Big Up und Mac Trey, bei denen ich neulich futuren durfte. Danke mal für die Chance. Thanks a lot, I appreciate that shit. Und ähm... Ja, übrigens, der kommt auch auf den Banger, den ihr gerade gehört habt vorhin. Den will ich auch auf dem Track haben. Der hat Fifth Element sowieso und Fat Pat, der sein Debüt gibt. Ähm... Ja. Bald wird die Ying Yang EP rauskommen. Mal gucken, wie das wird. Show good und erst. Ja, ja, sie hatte vorhin... Ja, jetzt riecht deine Hand nach Sack. Ähm... Ja, sonst... Genau. Und übrigens, für den heute Nacht Ding. Irgendeine hübsche Frau... Nein, ich meine, es muss keine hübsche sein. Sie muss sich nur hübsch anhören. Ich brauche einen fiktiven Telefonanruf auf dem Telefonbeantworter für den Track. So was wie... Oh, Tee, ich... War eine tolle Nacht. Oh, was ist... Oder ich muss den Track tatsächlich am Anfang kürzen. Big Up! Ciao, ciao! Bildet euch! Freut euch! Tee House! Ying Yang! Raw Records! Das war's. Sowas... Ja, das war's.